Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder ein kleines Lost Place Video. Wie ihr schon im Hintergrund vielleicht sehen könnt. Wir sind hier gerade an der Hauptstraße beziehungsweise ich. Ich bin noch alleine. Links rum, rechts rum überall Nachtbahn und deswegen müssen wir ein bisschen leise sein. Ein Kollege kommt gleich auch noch vorbei. Nun gehen wir mal rein. Ich habe hier erstmal so abgeschickt, habe einen Eingang gefunden und ja dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich drin bin mit meinen Kollegen und bleibt dran. Bis gleich. Sohn 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wie versprochen, wir sind es wieder in dem Gebäude und ich nehme euch einfach mal mit, jetzt mal so einen kleinen Schwenker. So, jetzt sind wir auch im Keller. Mal gucken, wir können jetzt mal runter gehen. Ich nehme euch noch hiermit. Das ist gut, aber das ist gut. Boah, scheiße, ich bin echt gut. Krass. Das hat mir mal gut gesoffen. Wurde mal gut gesoffen. Hat das Bier fast? Das ist mehr oder mehr oder mehr besser. Krass. Alter Tisch. Boah, ziemlich kleiner Keller. Das war überhaupt der Film nicht wirklich besonders groß. Nicht wirklich. Aber die haben ja angefangen umgebaut und dann haben wir auch gemacht. Würde ich mal vermuten. Wie sieht das denn aus? Dieses Gebäude sieht man nun nicht irgendwie auf Google Maps oder so. Total komisch. Ich habe das durch Zufall gefunden. Ja, das sieht es aus. Das ist auch eine verrammelte Tür. Nein, das ist ganz braun. Ich muss sogar noch eine Etage nach oben gehen. Ich denke, es ist das Haus. Es gibt keinen. Oh, Mann. Das sieht mir nicht so etwas aus. Nein, aber es sieht so aus aus. Keine. Da kommt schon die Decke runter. Richtig krank hier. Richtig krank hier. Ja, schreckt das, oder? Ja, schönes Haus. Das gefällt mir. Schade, das ist auch der Foto. Hier geht es zur Straße. Richtig schön. Bestimmt mal einen coolen Ausblick hier. Ja. Würde ich sagen. Schauen wir uns mal hoch. Wie verfahren Sie da auch gut hier verstecken? Ja. Wenn man reinkommt. Richtig alter Holz drin. Ich hoffe, die will ich nicht. Ja. So. So. Oh. Hier war eine Runde. Hier kommt schon die Decke runter. Okay. Ich glaube, da gibt es noch einen Arbeiter, oder? Doch. Äh, der Boden ist noch. Jetzt nochmal auf dem Dachboden. Der Boden ist noch auf dem Blöcher. Was ist das denn her? Oh. Ach nee. Das ist... Das ist kapitel und keine Fliesen. Besonders aussieht wie Fliesen. Ja, das war es. Das war's. 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 Das würde ich, glaube ich, fast schon von abraten. Ich werde es versuchen. Zumindest mal einen kleinen Blick nach oben lassen. So. So. Die Leute, ich denke... Ja, ja. So. Oh. Und... Kleine Dachboden. Das braucht schon Umrecht. Aber... Hier war es nicht noch nicht her. Hier ist schon alles morsch. Leider keine Anrichtung mehr drin. Ja, hier würde ich sie zu uns sagen. Ja, das würde ich nicht sagen. Und... Ja. Kann man auch nicht sagen. Der Kollege meint, das ist nicht so morsch. Ich werde mal hochgehen und mal kochen. Lass mich auch. Ich werde mal hochgehen. Ich wieder reisen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, leider war es das wieder mit der kleinen Location. Aber ich habe mir mal sowas überlegt. Bei 100 Abonnenten werde ich eine Nacht alleine hier schlafen. Und ihr werdet live dabei. Also sagt euren Freunden, Familie Bescheid. Abonniert mich und meinen Kanal. Und bei 100 Abonnenten komme ich zurück und schlafe. Und zwar alleine. Also, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.